Ihr braucht als Schüler wissenschaftliche Quellen, dann ist Google Scholaso mal die erste Adresse. Es sollte für eine große Arbeit nicht nur das Google sein. Wir haben in München die Bayerische Staatsbibliothek unbedingt dort auch recherchieren. Nicht nur auf dem Zeug, aber für den ersten Eindruck nicht schlecht. Wie man es bei Google kennt, jetzt Thema mal Einsamkeit bei Jugendlichen. So ein Rechtschreibfehler ist für Google kein Problem. Man kriegt Ergebnisse und draufklicken und fertig. Das, was ich hier sehe, wirkt schon mal seriös. Da gehe ich mal die verschiedenen Abschnitte durch. Das ist typisch für eine wissenschaftliche Arbeit. Erstmal den Begriff klar machen und dann hier auch die Methodik genauer anschauen. Das vom Stil wirkt seriös und von der Methodik sowas gefällt mir. Thema ist ja die Einsamkeit und das kann ich nicht so messen, wie ich Fieber messen kann. Das heißt, ich frage die Leute einfach, fühle ich mich einsam. Und damit merkt man, wie unsicher das heißt. Das heißt, die gehen ganz klar, zeigen die, wo ihre Grenzen ihrer Forschung auch sind. Ja, und immer wieder Fremdwörter ohne Ende. Ich weiß nicht, ob es das braucht, aber mein Gott, das ist so üblich. Also, Vorsicht geboten. Die Arbeit könnte vielleicht seriös wirken und eine Täuschung sein. Ich meine jetzt nicht Irrtümer. Hier schreibe ich Irrtümer, das ist kein Problem. Natürlich nicht ganz Problem, aber es ist völlig normal, dass man in zehn Jahren sagt, das, was die geschrieben haben, ist vielleicht nicht mehr ganz up-to-date. Da geht man weiter. Problem ist bewusste Fälschungen. Also, da ist eine Arbeit, die schaut wissenschaftlich aus, ist aber von irgendeiner Sekte geschrieben. Ja, im wissenschaftlichen Stil. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das merkt. Wie merkt man das? Also, man kann nie sicher sein, aber hier stehen die Autoren und die googelt man. Ja, sind das Forschende an deiner Uni und findet man die Uni? Welche Uni? Welche Leute sind das? Sind die in ihrem Fachgebiet unterwegs? Ja, oder sind das Hautärzte, die jetzt völlig was anderes gerade machen? Das nächste ist diese Zeitung. Also, das ist ja erschienen. In dieser Zeitung ist das erschienen. Und die Zeitung ist verantwortlich dafür, dass das, was hier steht, sauber ist. Was ist das für eine Zeitung? Kann ich mich auf die verlassen? Auch mal googeln. Wikipedia. Ja, ich stelle jetzt fest, diese Zeitung ist Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das wirkt schon mal wieder seriös. Typisch ist auch bei Wikipedia, wenn diese Deutsche Gesellschaft irgendwas mit irgendeiner Sekte zu tun hätte, da steht es ja meistens. Da ist meistens Kritik, Kontroverse, ja, also unnichtwertend. Ja, es gibt auch Leute, die halten, aber nö, da steht gar nichts. Das ist einfach, deswegen gehe ich mal davon aus, vermutlich. Eine seriöse Gesellschaft, die hat eine Monatszeitung und da kann man sich dann einigermaßen drauf verlassen. Genau, so ein Problembisschen manchmal bei Google Scholar, es kostet irgendwelche Euros, ja. Also in dem Fall jetzt nicht, aber das ist schade, weil es sind ja normalerweise mit öffentlichen Geldern hervorsteckten Sachen und warum kosten die was. Also das hat meine Generation nicht geschafft, das sauber zu lösen, aber vielleicht kriegt ihr das hin, dass alles, was geforscht ist, auch allen Menschen dieser Erde frei zugänglich ist. Das wäre richtig.